hallöchen und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal schön dass du da bist ja weil ich habe jetzt am donnerstag habe ich mal mich mit diesem da gibt es ein schönes programm dass die werfen die auch wie nennt sich das shader eine shader programm weil es mal am samstag bei tobi im stream war hat es nämlich so sah es nämlich richtig gut aus also genau genau das shader da guck mal das ganz normal an das speziell die frage ist halt nur noch ob ich das über den wie heißt gaming pc direkt laden kann oder direkt über den streaming pc weil das ist das ist ein bisschen performance die haltestelle bodrock zog berliner platz bussteig 15 ja gut ich gehe dann erstmal von der auflösung bis runter muslima die bildschirme klar man ein bisschen ändern und die sp 91 hast ja ja hier oder wo ah ja 4 minuten wow das ist ja was ganz cooles einzelfahrtschüler ein a fahrschein ein a fahrschein da wird mir aber auch was gutes einfallen haben a mhm haben wir fürs tarif passt ja das war richtig das ist richtig toll ja ja ich muss mit der bildschirmauflösung gleich mal runter gehen das ist so dass es zu hart das wird ansonsten nix das gefällt mir so das müsste ich irgendwie noch bei dem shortcut irgendwie noch diese zulzieger diese zulzie zu sie anzeige so du sie zu dies die zulzieger anzeiger oder die informationsanzeige da auch noch reinpacken weil dann hätte ich nämlich was ein richtig gut content alles gefällt mir richtig gut aber eins frage ich mich warum jetzt weiß ich auch warum ihr so leise seite ich habe mich schon die ganze zeit gefragt aber es kann ja nicht sein wir sind voll im element voll wir sind mittendrin hier wir gehen zum viel naja ja du fährst wohl viel jetzt geht es um viel du fährst wohl viel wusstest du eigentlich dass ich seit jahren erfolgreichen instrument spiele was denn päckle homie blau das geht immer nee ich spiele schon seit jahren erfolgreich die arschgeige chat da muss ich ihnen aber recht geben das stimmt auf jeden fall ich liebe es ich liebe es nicht so sacha schiebt jetzt mein ganzes im vr ordner aber habe ich schon als link das quasi alles neue sachen drin da Na, na, da. Ungegen, Gott ey. langke geht doch du Sauknochen hier, ehrlich ey. Von ranciamoihi gehört. Ja, habe ich sehen. noch komplett auseinanderzunehmen. Ach, normal, ach so. Ja, völlig normal. Generation. Oh ja, die neue EU-Generation. Oh, Alter, sagen, was du willst hier, aber dann ist es doch viel zu breit. Na, mach später drüber. Wenn du Zählerei schaust, aber gerne doch. Ja, das Problem auf der Kreuzung ist, die ich dir gerade geschickt habe. Ja. Da sind so viele Häuser und Bäume im Weg, du siehst es nicht richtig, wo was ist. Regal, schaust du auch ein bisschen breiter, ist manchmal sogar besser. Dann kannst du mit dem Gelenk nämlich mehr ausholen. Nächste Haltestelle. Nahtradstraße. Schaust du, da hast du mich mal auf, während der Fahrt anzurufen? Danke. Mein Handy hat nämlich gerade geklingelt. Ich nach später drüber, ne? Wenn ich Zeit habe. Was ist passiert? Ah, wir haben einen Unfall gehabt. Ich nach echt später drüber, wenn ich Zeit habe. Ich habe jetzt gerade leider keine Zeit, weil ich muss das anders wohl von meinem Betrieb denken. Das ist gerade überlebenswichtig hier. Deswegen habe ich auch so eine Steuerabgabe. Und die Steuern laufen bei uns im Betrieb besser als bei jemandem. Nächste Haltestelle. Halten wir. Ich kenne jemanden, der zahlt hier im Monat 100.000 nach. Ich weiß so noch nicht, wie er es macht. Achso, ja, du und der Keks, er zahlt euch die Kosten. Ja, das weiß ich auch warum. Warum verbindet der das nicht? Bist du doof? Nächste Haltestelle im Heckraum. Ah, jetzt ist da eine Lücke drinne. Komm, oh was? Ihr meckert nicht, was geht ab bei euch, ey? was geht ab bei euch, ey. 不 so. Sag mal, hast du die Schwelle der Fahrgäste runtergesetzt, oder warum meckern die nicht, wenn ich so über die Straßen... Ich hab gar nichts gemacht. Wow. Ich weiß ja nicht, dass ich das am Bus umstellen kann. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Ja, ich auch nicht. Ach so, ich sollte mal vielleicht die Fahrgäste reinlassen. Ja, lass die draußen stehen. Ja, aber wir wollen keinen Umsatz machen, ne? Nee, nee, wir haben genug. Wir haben genug Umsatz. Ja, ja. Wenn ich da war, auf jeden Fall. Ach so, ich soll es ja schon abbiegen. Oh nein, wie soll das gehen? Nächste Haltestelle, Birkenstraße. Sag mal, wir haben doch gesagt, dass das Repaint eigentlich unsere Basis ist, oder? Ja, das ist ja auch. Jo, was geht's? Hallo. Hat sich nichts dran geändert. Ich hätte nur eine geile Idee. Ja, dann mach... Ja, aber... Ja, komm, wähl doch den Spline an, da, du Affe. Nächste Haltestelle. Kehrt in der Straße. Erzähl, er weht den an. Was ist denn das da finished? Was hast du denn schon wieder dir da gedacht? Ja, das muss ich mit der Offscreen bereden. Habe ich schon wieder Angst? Nee, das nicht, aber... Shit, ich habe schon wieder Angst. Zum Tageskreuz hätte ich gerne. Ich könnte das ja auch einfach mal so machen, du machst es einfach und zeigst es mir nach, gell? Wer weiß. Ich muss erst mal dieses Programm überhaupt finden für das Android. Für den Computer. Ich muss erst mal nerven Zusammenbruch gekriegen, gerade. Ach, dankeschön, KI. Er fährt auch gerne wieder in mich rein. Nächste Haltestelle. Heidestraße. Sag mal, ist das überhaupt... Für den Bus überhaupt eine Linie, oder was? Gedenkbus-Linien eigentlich nicht, oder? Kann auch noch. Ich glaube, eher eine Solo-Linie. Hm. Ja, hier halte ich dann auch. Manche sehr kurz sind. Wir machen... Auf jeder drecksten Linie mit dem Gelenkbus. Oh. Ihr euch auch. Das ist ein wahrhaftiger Buskönner hier. Ja, wenn du einmal Gelenkbus fahren kannst, dann kommst du auch überall rum. Oh Gott, ich erinnere mich an meine Anfangszeit, wo ich mit Morphe Soundpack dann auch gefahren bin, ey. Findet ihr alles bei mir auf YouTube oder an der Playliste? Wie gesagt, ich hab sie nicht rausgeschnitten. Nächste Haltestelle. Fuhlenbrocker Markt. Was soll man das jetzt sagen? Also die Anfangszeiten... Wenn du das erste Mal einen Bussimulator spielst und du denkst dir, ach komm, Gelenkbus ist ja gar keine Herausforderung. Da schüttelst du ja mal eben mit dem kleinen Finger. Da hab ich ja scheiße gedacht. Also so einfach ist das ja gar nicht. Du, ich hab sogar noch mit Kollision angehabt. Hallo. Das war lustig. Ich am Anfang tatsächlich auch. Ich hab mir aber dann irgendwann wirklich mit der Zeit gedacht so, weil ich, als ich damals mit Omsi angefangen habe, ich hatte kein Lenkrad, nix. Ja. Ich war wirklich der eine, der da mit Tastatur angefangen hat. Oha. Und also Mist, ne? Ja. Und dann hab ich mir damals so gedacht, ja komm, gib dir das. So schwer kann das ja gar nicht sein, ne? Also, dann machst du ja locker mal eben da mit dem Gelenkbus so, ne? So einfach ist das gar nicht. Oh ja. Das ist wahr. Also das ist schon unter Umständen dein Endgegner. Also, das ist schon, auf eine Art und Weise trainierst du das halt wirklich so, ne? Also, du denkst dir wirklich, du bist so dumm wie Brot und kriegst diesen Scheiß-Buster nicht drumherum. Um diese Dreckskurve, ne? Aber, wenn du dir das, was du überlegst, so blöd ist man eigentlich gar nicht. Du musst es halt wirklich nur lernen, wann du das Lenkrad einschlägst. So, wenn du das drinnen hast, dann hast du halt auch irgendwie schon wieder die halbe Miete drinnen. Ja, das stimmt. So, gefühlt. Hallo! Ach komm, jetzt willst du mich hier aber verarschen. Es ist halt halt wirklich, du musst halt wirklich deinen Einschlagwinkel, den musst du finden. Sagt ja immer so, irgendwie zwei Meter oder so die Achse hinter dir. Was ich mir bei ihm wie auch nicht so vorstellen kann, dass es zwei Meter sind. Aber wenn du das einmal raus hast, dann... Das ist damit auch gar keine Probleme mehr. Nächste Haltestelle. Was ist das hier, eine Krise? Ja komm, da warst du doch. Du Ranziger. So. Okay, jetzt habe ich den Test rausgefunden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020